Alles klar. Versteh ich. Nicht ganz, aber ist okay. Versteh ich. Finde ich auch. Spitzhacke geh nicht kaputt. Spitzhacke. Ah, verdammte Kacke. Ich hab noch eine Spitzhacke. Klar. Verraschig. Aschloch. 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 Komm da dran, kleiner Fettsack. Boah, geh da dran. Ah. Mh. Mh. Fetzeretete. Nee, ich steh grad so ein bisschen hier gestalten. Du Gestalt, du. Du bist grad Gestalt an. Ich mach doch grad diesen Weg dahin. Hm. Näh, 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 näh. Zumindest was ein Weg werden soll. Das aussieht wie ein Weg, aber trotzdem keiner ist. Okay, die Zombies können nur von hier kommen. Das ging hässlich jetzt. Hässlich. Du bist selber hieslig. Hieslig? Hieslig. Könnte man einknisch. Du, 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 du. Du. Du, 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 du. Das ist ja nicht mehr. Jig, du, du. War das der denn zum Verarbeiten? Glaub ja. Bei Joms. Underground. Underground bei Joms und quatscht. 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 Glaub ja. der inger war ja nur zum verarbeiten ganz gut ich habe mich gemerkt aber ich bin nicht gemerkt maxi überhaupt nichts und loskleinern weinlich mich erde mit erde zumindest mal zugemacht blöde wichse denn es auf jeden fall das villager doch was ich mal so war hin soll irgendwann mal irgendwann mal keine ahnung folgen nur noch schnell passieren nur dann vorher nämlich ja nicht zwar wirklich meist immer so nur wenn ich lust habe dann kommt es echt zu kommen kommt schon was gutes aus bekommen die behinderte die idee hast du nicht so sagen dann ja ein machiger nein nein man man hat man beider man flat man und flipper man zu zeigen schleppe und pepo die frage aller fragen eine fackel habe ich noch reich das maus löschen ich hoffe hoffentlich kann über sporn band wird ihr zugemacht wird es heute machen aber wenn jetzt ein spawner da gewesen wäre dann wäre es echt geil gewesen aber ist nicht leider nein ist leider auch nicht doch nein gerne nein ich muss das ein bisschen hübsch machen wo bist du denn wenn du durch wald gehst hin also geh einfach durch den wald durch die abholen durch den wald ja toll durch den wald wir haben hier überall weiß ja den künstlich angelegten einfach nur den den scheiß dördweg lang gehen wo bist du denn jetzt gerade am haus da bist du und das sind doch ich bin vergiftet die dinger sind machen gift aber ganz wenig ich mach doch weg hier ja keine ahnung wo zu können gewisse luft klar wenn wir weitergehen das sogar auf mich geworfen nein habe ich nicht das hast du wohl habe ich mich also der körper ist gerade nicht explodiert nein überhaupt nicht also ich habe nur ich muss hier nur so ein bisschen so ein bisschen heile machen die durch und dann müssen wir mal rüber schwimmen sitzt natürlich nacht jetzt ist das kacke ich habe ich schon flossen du hast ernsthaft ein bett mit ja ja ich bin schon dabei kranker jungen was hier soll später was hin so ein abberg bau ding was so natürlich so aussieht von oben so ein kran runter habe ich mir vorgestellt hier vorne kommt noch so eine art staudamm der strom produzieren könnte ich kann gerade nichts machen weil mein kopf bei mir irgendwie hängt keine rückmeidung ich beschütze dich ich will keine rückmeidung jetzt also was soll das denn ich habe schon lange nicht mehr gehabt also hier kommt ein staudamm hin soll muss ich mal gucken viel spaß wird auch noch sehr lustig besonders das mit wasser auffüllen aber es geht eigentlich relativ das ding mich jetzt gerade verarschen jetzt leckt das schon wieder ich weiß gar nicht was hier war ah die war ich schon mal anscheinend oh man ey komisch bei mir leckt es aber auch gerade also mein kopf keine rückmeldung oder komisch mein kopf ist mein kopf das ist eigentlich dieses minecraft ein vollblock naja dann gebe ich mir den d d d jetzt warten oder was das ich habe ich glaube der macht nämlich nichts weiter komisch ja müssen wir gleich also müssen wir gleich aufhören ist ja nicht schlimm du auch eine halbe stunde kurze folge ist immer geil ja geht man so ein bisschen nachschöp ich nehme ja so oder so schon ganska kürzen immer noch tut 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 und ich kann hier schon rumlaufen ein bisschen langweil hatte das war glaube ich so ich glaube am anfang hatten wir es oft ja nicht wirklich ne ich meinte generell das was abgeschmiert ist ich weiß hier soll nachher das ganze villagerdorf hin boah lekt das hier bei mir muss wir jetzt aufbauen ja vielleicht kann es auch eine lava oder so liegen die habe ich aber nicht die standardmessie gewesen weil hinten kommt noch ein weg hin links von dir wir sollen noch ein weg hin aber hier kommt dann so ich sag mal das wird alles abgetrennt mit zäunen und mauern und alles extrem ausbeleuchtet damit ihr ja nichts spawnt hier kommt noch so ein ich hab voll die fbrätschacht kommt hier lol gar nicht da liegt es an der lava keine ahnung normalerweise nicht wird wird diesmal wie geil das hier ist nur bergen drum herum kann man auch viel viel hin machen noch ja sicher irgendwann nicht mehr wo ist ja nur ich habe hier vorne ist hier vorne auch zum die eine stelle ist denn offen das ist alles somit mit bergab gesehen wenn du von oben kommst ja ich wollte grad hochgehen und ein bisschen so generieren hier ich glaubte wasser und bis an die richtung gelaufen glaubt nicht ich glaubt nicht das ist schon echt ganz geil hier oben kommt noch eine brücke hin zwischen den beiden bergen ich hab gar nicht generiert gehabt ja ich geh grad auf die karte oh ich hab doch ein bit bei komischer mensch ne das wird hier noch so glaube ich so noch so ein lieblingsprojekt von mir dauert lange aber ja ich muss mir auch noch viel einfallen lassen geht dann du kommst du halt mit nur für uns dass wirklich die villager dann da drin bleiben können nur dass sie nicht abhauen können und alles ausschließt damit ich halt nicht von den zombies getratet werden verirr dich nicht ne 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 ach so wie doch mein buch dabei wir haben eine fliegende insel bin doch schon öfters in die richtung gegangen hey die landschaft ist hier hinten schon echt ganz genial naja naja das lava ding wird da noch weg kommen mach ich block oben rein das fehlt noch da drin verstehen damit ich nicht lange genug durch generiert ne ich hab ja hinten vielleicht die erste beste Weltkinderung gehabt ne hier ist schon echt ganz geil hallo ku wir werden auch villager mit zwangsarbeit auf die felder geschickt ja weil es gibt ja diesen wenn du denen genug samen gibst dass sie dann die felder wirklich selber machen können ja ja darum geht es gerade ja ja da muss ich aber noch mal gucken und das nur chunkfehler super chunkfehler wie viel chunkfehler viel chunkfehler viel chunkfehler ja ja da und ist auf jeden Fall Lava und Wasser das hat man so muss alles generieren sowieso wenn sie nahe gebaut gebaut ist wird sowieso noch lustig ich glaube dann auch nicht ohne sein nur komisch hinunterjahr weil sie nicht so wie hier dann ein katho machen ich gehe in mein häuschen bin ich sicher oben drauf ich bin hier ich bin sicher jetzt hier darf ich jetzt nicht bin ich schon gewesen aber ich habe sie noch nicht gesehen ja dann war das ja heute kurz bis oben drauf flopo hallo er will nicht mit mir reden jacob der ist weg einfach weg Das ist ein fuller R. Das hat ihr auch noch nie. Du kannst auch nicht sleep at night. Geh mir auf den Sack. Ah, jetzt müsste es gleich wieder gehen. Kannst du sleep at night? Ich kann schlafen. Okay... Verdammt Desk! Auch noch mal liegen. Komisch. Was ist denn jetzt los hier? Komme doch wieder! Normal versuchen. Ah, hallo! Da bist du doch wieder. Ja, der hat ganze Zeit gesagt, Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Hab dann beendet und nochmal neu gemacht und nochmal Verbindung fehlgeschlagen. Ich war drauf, dann war ich doppelt drauf, dann bin ich vier runter, dann ging das wieder nicht. Dann war ich mit einmal wieder drauf und dann war ich dreimal drauf. Ja. Das gerade auch so. Hä, voll kackat. Oh, bei denen die Zahl dahinter. Äh, elf. Elf ist geil. Dann kam halt drauf gewesen, ey. So, ich würde aber sagen... Ja! Ja. Können wir sagen... Ja, bis zum nächsten Mal, oder? Ja! Ja! Bis dann, tschau tschau! Tschüss!